Ah, das ist ein Drecks-Live-Kristall. Alter, ich würd' mal sagen, ich hab Lava gesehen. Siehste, dann sind wir jetzt nur noch ganz knapp vor der Hölle. Dann können wir jetzt noch bis zur Hölle runterfahren. Oh yeah! Ich würd' mal sagen. Wenn der Daniel sagt, das ist jetzt echt nicht mehr witzig, provoziert er es dadurch nur noch mehr, dass ich das tralle. Das war ein Scherz, ne? Das war gerade ein Scherz. Ich weiß, deshalb musste ich ja so übelst loslachen, weil der so gut war, der Scherz. Weil wenn man so sentimental angepisst ist, deshalb fand ich den so witzig. Und ja, ich find das immer mega spaßig, wenn Daniel angepisst ist. Guck, ist doch gar nicht so schlimm hier. Wir glauben, wir haben keine Facken mehr. Scheiße. Ach, den... Equip dir den Scheiß-Dreckstick sonst. Nein! Gold! Habe ich noch das letzte Gold-Ohr bekommen. Das musste sein. Na, es ist da dunkel. Ist dunkel, ist es? Hey, helf mir! Lol! Lol, 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 lol! Goddammit! So. Mein Gott, da ist irgend so ein Drecksviech unten drin, ey. Ja, friss meine Muskete, Digga. Wo bist du denn? Keine Ahnung. Ich versuche die Lava-Gruften hier zu untergraben. Kann ich mal da aufmachen? Wieso setzt du zwei Fackeln nebeneinander? Was machst du da? Was denn? Wie bist du denn da so schnell runtergekommen? Ich hätt's abgebaut und bin durchgekommen. Ey, das finde ich jetzt echt nicht mehr witzig. Was denn? Alter, wieso gehst du da so... Alter, wieso lässt du mir nicht einfach mal so ein geiles Item? Welches geile Item? Ja, du hast auch immer so geile Items. Ey. Wieso gibst du... Oh! 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 Oh ja, Copper. Und was kann man in der Hölle machen? Da kommen neue Gegner. Die sich zerforschen, ne? Ja, zum Beispiel Fire-Imps, die sich teleportieren können. Ach, cool. Erstmal, wenn du zur Abwechslung auch mal was baust. Ich hatte gerade meine Axt. Ach, ne. Du Depp, ey. Du bist ein Depp. Alter, jetzt... Oh nein! Nein! Wer hat hier die Boss-Reflexe? Ich wollte gerade so ein... Oh nein! Jetzt bekommst du auch noch das Herz. Ja, jetzt kann ich das haben. Welches Herz, Daniel? Ich weiß nicht, wovon du bist. Das, das du jetzt schon abgebaut hast und... draufgeteckt worden hast. Ich bin grad am abbauen. Oh, mein Life-Chistol. Wooden-Planks brauch ich nicht. Man, ich hab nur 100 Leben. TADADAAA- 140! Ich habe nur 100 Leben. Ich habe 240 und bin der Daniel, aber ich lüge. Ja, du lügst. Eine Kiste. Oh ja! Was denn? Ich habe was Cooles gefunden. Oh Mann, ich werde auch mal was Cooles finden. Sonst macht das ja auch keinen Spaß. Doch Daniel, ich vertraue mir, es wird Spaß machen. Ich kann jetzt Doppelsprünge machen, weil ich einen Cloud in der Bottle habe. Ja, dann musst du mir diese Merkur-Schul geben, damit das irgendwie so ein bisschen ausgeglichen ist. Ich denke nicht mehr dran. Ja, aber es ist doch irgendwie so ein bisschen fair, oder? Wenn ich dann eine von diesen... Lauf-Bewegungs-Verbesseren-Sachen bekomme. Das wäre schon fair, aber ich habe da keinen Bock drauf, Digga. Weil die ja gerade so geil sind. Ja, aber es wäre doch... Och Mann. Ja, Daniel. Entschuldigung, mein erstes Mal. Du hast gerade irgendein Zombie... Ich dachte gerade, dass du erst das gewesen hast. Dann hätte ich dich ziemlich ausgelachtelt. Du hast gerade ein Zombie voll in die Lava gejumpt. Ja, gut, dann lass doch mal aufhören, ne? Wir sind jetzt in der Hölle gewesen und so. Weil ich habe jetzt eigentlich auch keine große Lust mehr. Ja, keine so große Lust mehr. Da habe ich gerade den Witz gebracht. Das ist extra, oder? Oh, jetzt ist das Reflex. Mutierst du zu einem Mathelehrer? Daniel! Oh, Leute, da hinten ist noch ein Lifehirt. Alter, ich bin hier gerade so voll im Flow. Bist du auch schon auf dem Weg nach unten? Ja. Wollen wir nicht mehr derselbe Fiction sein? Lass doch dem Krieg ein Ende setzen, Daniel. Ironskin Portion ist so nützlich, Alter. Dann kannst du damit durch Lava latschen, ne? Hast du? Nein, Mann. Ich brauche hier gerade so einen vertrefften Weg, den du sowieso niemals finden wirst. Durch die Welt, durch die wundersame Welt von Terraro. Wie viel Lifehirt hast du? 140, ne? Ja. Oh, ja. Ich habe gleich 180. Aber das ist ja auch fair. Es ist gut, es ist gut, weil du bist ja eindeutig der Schwächere von uns. Und deswegen ist es auch gut, dass der eindeutig der Schwächere und Unerfahrene im Terraria die Sachen bekommt. Ist doch eigentlich fair. Ja, vielleicht auch. Gut, dass ich so viel Skill und Erfahrung in diesem Spiel habe, auch wenn es das gleiche ist. Da verstehe ich auch nicht, weil alle immer so rumflamen, dass ich mir alles unter den Nagel reiße. Das steht doch gar nicht echt. Ja, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Warum mache ich das eigentlich? Danke für deine wunderbare... Alter, nein. Das darf ich nicht tun. Wenn du hier runterfällst, fällst du direkt in Lava. Das ist für fies. Mal davon abgesehen, dass das bei 700 anderen Sachen auch passieren wird. Aber okay. So. Alter, ich bin immer noch nicht in der Hölle, aber ich komme gleich hin. Ich spüre es schon. Dann wird halt der Hintergrund anders, weißt du? Du bist verbrannt. Ja. War es schlimm? Oh. Jetzt sind die Kämpfe ja auch unfair eigentlich, ne? Also jetzt ist eigentlich alles unfair. Ja, wie schön. Ja, ist doch schade. Dann können wir gar keine Battles mehr machen. Können wir schon, aber nicht ohne, dass du rumflamst. Ja, ist doch scheiße, wenn wir dann Battles machen und dann ist nie so eine... Ist nie so eine... Blood Moon is rising. Jetzt laufen Werwölfe rum. Jetzt kannst du oben richtig krass farmen. Aber ich bin jetzt ganz nah an der Hölle. Ich spüre das schon. Genau wie eben auch schon. Oh man, ich spüre schon. Ich komme nie wieder so weit, ey. Oh mein Gott. Gut, dass ich so viele Glow Sticks habe. Sonst wäre ich ja schon lange... Lange hier am Ende, ne? Alter, wieso klappt meine Shift-Taste nicht mehr oder bin ich einfach scheiße? Hm. Bald bin ich unten. Oh lol, nein. So, Skelett. Du bist dann tot. Perne Sorge, ich bring dir übrigens was mit, ne? Du wirst dich freuen. Ich bin der Daniel. Ich sag gar nichts mehr, obwohl ich gar nicht weiß, was der Peter mitbringt. Alter, ich wäre gerade fast an einem Baby-Slime gestorben, ne? Ich sag einfach nichts mehr, weil ich der Daniel bin. So, spannend. So ein Let's Play alleine? Tyden Boss. Versuchst du die ganze Zeit in die Mien zu kommen. Oh nein. Wieso ist das... Ich hab mich festgehalten mit meiner... Grapping Hook? Och nee. Ich hab gar keinen Bock mehr, Junge. Nee, ich versuch... 30 Minuten. Was? 30 Minuten, hört sich verdammt lang an. Was denn? Ja, also irgendwie... Hat sich jetzt aus-terrariert? Ja, für heute. Weil ich keinen Bock mehr hab, hier in diese beschissene Hölle reinzugehen oder sowas. Ich bin in der Hölle. Super. Also alle Zuschauer, die treu genug waren, das hier zu sehen. Tagebuch, Tag 84, I arrived at hell. Oh mein Gott. War das krass? Alter, du schon. Ach, Wichser. Äh, ja okay, dann geb ich dir das Herz nicht, was ich dabei hab. Ah. So. Jo, das würde ich dir aber erraten, dass du es mir gibst, dann kannst du mich auch wieder gegen mich kämpfen. Damit... Und dann bleibst du noch fair. Dann haben beide 160 Leben. Ja, stimmt. Oh lol. Silver Watch, ich kann mir ne Silver Watch machen. Schau, spit, rein. Wie unnötig ist das denn bitte? Alter, und ich kann mir Sticky Bombs machen und so Zauberstäbe hier, so Purple Torch und sowas. Aber ich denke, es ist jetzt genug gewesen. Ach ja, genau, was ich dir noch witziges zeigen wollte. Siehst du mich gerade? Ja, und wieder mal hast du meine ganzen Coins eingesammelt. Deswegen, also du sammelst eigentlich durchgehend die ganzen Coins von mir, deswegen muss man eigentlich dann... Wenn's dann die wichtigen Dinge gibt, äh, muss ich mir dann auch was abgeben. Woll, es ist ja ein Let's Play to get on. Ja, aber ich kann dich doch nicht finanzieren, Digga. Aber du, äh, ja. Ja, klar, sagt dann der Dieb zu, ähm, zu der Bank, die er gerade ausgeraumt hat, oder was? Ja, ich bin der Dieb. Alter, du, du, äh, du nimmst alle Sachen mit, die ich verliere, während, wenn ich dann sterbe. Deswegen hast du... Du bist so inrage, du merkst nicht mal, dass sie an Earth Cloud in der Bottle legt, ne? Ja, scheiß drauf. Ja, ich war ja gerade am anderen, am anderen Thema. Ja, ich weiß, weil du die ganze Zeit am rumragen bist. Ich, ich geb dir ein Herz, ich geb dir ne Cloud. Ja, was willst du eigentlich noch mehr, Digga? Wann hast du mir ein Herz gegeben und wann hast du mir ne Cloud gegeben? Alter, es liegt da. Wie wär's, wenn du es erst mal aufhebst? Lol. Lol, jetzt hab ich das Herz benutzt. Ich dachte, ich hatte das Schwert in der Hand. Ja, geile Scheiße. Ja, was kann ich denn dafür? Was ist Hard Cloud in a Bottle? Was soll'n Ausrüsten? Achso, das ist, ah, cool, danke. Ja, aber, lol, jetzt hab ich 180 Leben und du 140 Leben, weil du jetzt so rumgeflamed hast, like hell. Nein. Oh, doch. Weil du dir das Herz benutzt hast. Hä, ich hab's ja hingeworfen, dann hab ich's aus Versehen wieder eingesammelt. So, ähm, ja, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dann machen wir einfach ein Battle, wenn ich jetzt zwei weitere Herzen habe. Und dann dachte ich, ich hätte noch die, 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 die Waffe in der Hand und hatte das Herz in der Hand, weil ich's dir hinwerfen wollte und dann, ja. Alter, das mit dem Double Jump ist ja echt schon krass geil. Ja, es ist total sucking übrigens. Wieso? Also, es ist nichts gegen die Rocket Boots, die wir bald bekommen. Okay. Die bald ich bekomme. Weil, wenn ich die Rocket Boots bekomme, muss ich mich entscheiden, entweder die Speed Boots oder die Rocket Boots. Und am liebsten würde ich halt beides haben, das geht auch, aber dafür brauche ich halt nochmal 10 Gold mehr. Also, musst du schon sparen. Also, es wird noch ein Weilchen dauern, aber alle können's immer fleißig da einpacken. Ich hab jetzt schon wieder 24 Seelen. Ja, aber wieso, wieso haben wir eigentlich getrennt? Also, das ist doch eigentlich... Was? Wir machen... Weil's uns scheiße ist. Weil, weil, es ist doch klar, weil es doch klar ist, dass du einfach mehr bekommst. Und, äh, deswegen, äh, und da ich so Nubi bin, kann ich ja eigentlich sowas auch... Ja, es ist egal. Also, wenn ich, ähm... Aber ich kann dir noch was schenken, was wirklich cool ist. Hey, du musst dir gar nicht schenken. Nur, wenn wir dann nachher was kaufen, dann wär's doch geil, wenn wir die gleichen Sachen hätten. Ja, aber ich hab nicht das Geld dafür. Ja, du bekommst dann zuerst die Sachen, aber danach, äh, danach kaufst du nicht noch was anderes. Das eine macht, dass du aniquier Items verbinden kannst. Das heißt, du kannst Bottle in the Cloud und Luftballon verbinden, zum Beispiel. Und dann kriegst du so einen Bottle in the Cloud with the Luftballon, oder so, keine Ahnung. Und dann kannst du beides in einem haben. Und dann sparst du dir halt einen so einen Equipplatz und kannst beides gleichzeitig ausrüsten. Verstehst du, was ich mal? Jo. Aber ich hab halt nicht das Geld dazu. Äh, ich hab im Moment neun Gold Coins. Und wenn ich zehn habe, kann ich mir gerade erst den Tisch kaufen, glaube ich. Ich guck jetzt extra nochmal nach. Da hab ich hier nicht irgendeinen Scheiß drauf. Tinkers Workshop brauchen wir. Und der kostet zehn Gold und dann brauchen wir noch die Rocket Boots. Die kosten fünf Gold. Oh mein Gott, ich werde geslamt. Alter, wie geil ist das denn? Auch geil für, wenn man irgendwann mal abstürzt oder so. Und dann kurz vorm Boden kann man ja dann einmal kurz höpfen, ne? Ja, ja, dafür ist ja auch, das sind ja auch die Worte los. Das ist ja nicht praktisch. Boah. Boah. Ah, ach, ach, ich. Naja, aber... Du hast ja schon wieder meine Coins aufgesammelt. Ja, aber doch nicht bewusst, Alter. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, es ist ja auch nicht schlimm, aber es ist ja dann schlimm, wenn du sagst, ja, ähm, ich behalte mein Geld für mich. LOL. Sie sind instant gestorben bei dir auch? Nee. Alter, bei mir sind alle drei Zombies instant. Deswegen würde auch keinen Sinn machen, äh, wenn ich irgendwas verliere, dass, äh, dass man dann... Ich hab gleich zehn, gleich hab ich zehn Gold. Ich würde sagen, bei zehn Gold machen wir auf jeden Fall einfach Part Session Ende. Ich hab noch sieben Silver Coins, ich hab noch sieben Silver Coins. Oh ja, das reicht. Warte. Ich hab 91 Silver Coins und, oh ja, jetzt, zack, zack. Ja, was ist das denn für ne Logik? Ich tu... 7 zu 91, scheiße. Oh. Ich hab noch einen Silver Coins. Ich hab 9,99 und 9. Alter, lolz. So, jetzt hab ich 100. Jetzt hab ich 10 Gold Coins. Und, äh, damit beende ich den Part. Miau. Warte, ich hab hier aber noch was cooles für dich. Warte. Was denn? Puuuuh. Was ist das? Loopt. Ja. Alter, wie scheiße sieht der denn aus? Leckes. Okay, ciao Leute. Danke fürs Zuschauen und, äh, schreibt mal in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Ob ihr mehr trollen wollt oder mehr meinen wollt oder mehr erforschen wollt. Tschüss, Leute. Uhus.